Herzlich Willkommen, hier ist euer Personal Trainer von Fynnmood und Moritz. Ich werde euch heute das eGlide Ellipsen Trainingsgerät vorstellen. Heute bei mir Julia. Julia, geh auf das Gerät rauf. Ich werde euch heute großartige Vorteile, vor allem dir, von dem Gerät zeigen. Es handelt sich bei dem Ellipsen Trainingsgerät um einen außergewöhnlichen Cross Trainer, der weit mehr Vorteile bietet als ein handelsüblicher Cross Trainer, den man so auf dem Markt findet. Ein wichtiger großer Vorteil und eine super Sache, 18 Kilo Schwungmasse. Das bedeutet, selbst für mich ein hervorragender Widerstand, um eben gerade meine Beinwirkulatur zu kräftigen. Du merkst Julia, es ist super einfach das Gerät zu bedienen. Du bist rauf gestiegen, es ist super komfortabel das ganze, das Gerät. Es ist total einfach möglich seine Handposition zu variieren. Das bedeutet, sowohl Leute mit längeren Armen als auch mit kürzerem Armen sind in der Lage dazu, dieses Gerät zu bedienen und damit auch die Muskulatur, gerade eben im Schultergürtel, besonders effizient anzusprechen. Ein weiterer Vorteil, dadurch, dass die Arme mitbewegt werden in diesem ausladenden Maße, dadurch, dass man einen sehr großen Bewegungsumfang hat, also man bezeichnet das Ganze als Range of Motion, den man hier im Grunde vorhanden hat, und du merkst es sehr viele Muskeln sind angesprochen, ist, dass man die Rumpfmuskulatur besonders gut anspricht. Rumpfmuskulatur, vor allem die Bauchmuskulatur, Rückenstreckermuskulatur, Muskelpartien, wie gerne im Alltag, Bürojob, man sitzt viel, schafft es abends nicht mehr sich aufzuraffen, zum Sport zu gehen, eben durchaus mit so einem Gerät vorragend gelockert werden können. Es ist also so, dass du damit die Spannung, die du den ganzen Tag in dieser Muskulatur erzeugst, die dazu führt, dass man eben beispielsweise Rückenschmerzen bekommen kann, wieder löst mit dem Gerät. Es ist sehr einfach zu bedienen. Du hast eine Anzeige, auf der sämtliche Informationen ziemlich leicht dargestellt sind, deine Trainingszeit, die zurückgelegten Kilometer, die du gemacht hast, die Geschwindigkeit, mit der du das Gerät bewegst, also letztendlich sehr einfach zu bedienen. Du hast die Möglichkeit, hier mit diesem Rad den Widerstand zu erhöhen, die Schwungmasse zu verändern. Du wirst merken, wenn du Richtung Plus drehst, wird das Ganze sofort schwieriger. Sollte es zu schwer werden, beispielsweise Leute, Trainierende, die etwas älter sind, die das Gerät auch benutzen, um sich fit zu halten, weil das ist eben auch möglich, können mit der eingebauten, handelsüblichen Fahrradbremsenartigen Konstruktion sehr gut dieses Gerät stoppen. Du kannst es mal drücken, genau, das geht super einfach. Und, sehr genial, du kannst das Gerät rückwärts nutzen. Du fängst an dich zu bewegen. Sehr schön, um die Muskulatur eben mal eine andere Art und Weise zu fordern, gerade für Leute und Sportler, die Sportarten betreiben, in denen es gefordert ist, eben die Muskulatur abwechselnd anzusprechen. Eine hervorragende Möglichkeit, dies zu tun. Du kannst mir bestätigen, dass du andere Muskeln merkst. Du musst es jetzt im Po ziemlich intensiv merken, die Oberschenkelmuskulatur etwas weiter betonen. Wenn du jetzt die Arme noch weiter mit einsetzt, dann sehr ganzheitliches Training. Jetzt würde ich euch mal zeigen, wie man auf dem Gerät eben im Ausdauertraining auch sehr, sehr gut Kraftübungen machen kann, weil eben auch das ist möglich. Gerade für den fortgeschrittenen Trainierenden, wenn man schon etwas länger im Training ist, kann man außer dieser dynamischen Bewegung auch sehr schöne statische Bewegungen machen. Das heißt, auch ich kann mich hier auf das Gerät draufbegeben, mit der Fixationsschraube den Widerstand etwas hochstellen, sodass mir die Plattform gleich sozusagen nicht entfernt wird bei den Übungen. Kniebeugen, eine super Übung, die man aus dem Fitnessstudio kennt. Meiner Meinung nach viel zu wenige Leute machen diese Übungen auf dem Gerät sehr, sehr gut vereinbar, eben mit einem vorherigen Ausdauertraining, ohne groß die Räumlichkeit zu wechseln und sich andere Geräte hinstellen zu müssen. Für diese Kniebeuge ganz einfach, ich stelle mich auf die Plattform, beispielsweise unter unterschiedlichen Höhen, halte mich vorne fest, das ist auch eine gewisse Sicherheit geboten und gehe in die kniegebeugte Position, drücke mich wieder hoch. Das Ganze auch für fortgeschrittene Einbeine ist möglich, bedeutet, ich kann mich auf eine Plattform stellen, die unten ist, halte mich weiterhin fest, um einfach Sicherheit zu gewährleisten und gehe mit einem Bein runter, halte den Rumpf aufrecht, drücke mich wieder hoch. Du wirst merken, wenn du im Laufe unseres Training wirst du die Übung auch noch machen, sehr, sehr intensiv das Ganze für den Po, Oberschenkelmuskulatur, aber auch den Rumpf und die Koordination. Eine Wadesübung sehr einfach durchzuführen mit den Fußspitzen auf die Hinterkante von den Plattformen, man drückt sich hoch, ziemlich simpel Übung, dadurch, dass man das Gerät daran hindern muss, sich weiter zu bewegen, auch natürlich viel mehr fordern, als wenn man es statisch macht. Meiner Meinung nach eine sehr fortgeschrittene, gute Übung für Leute, die Wert auf eine starke Brustpartie legen. Ich kann Liegestütze auf dem Gerät machen, auf sehr dynamische Art und Weise, indem ich meine Hände auf die Plattform drauflege und unter Bewegung, in Ellipsenbewegung, hier Liegestütze links und rechts machen, hervorragend natürlich zur Kräftigung von Bizeps und Trizeps, Rumpfmuskulatur, aber eben auch wenn es die Schultergültelpartie gibt. Dadurch, dass das Ganze auch rückwärts machbar ist, sehr, sehr gut, um auch hier die Koordination wieder zu fordern. Also, wie du gesehen hast, wie ihr gesehen habt, ein super umfangreiches Trainingsgerät, was neben dem Ausdauertraining exzellente Krafttrainingsmöglichkeiten gibt bei 18 Kilo Schwungmasse. Also, wir werden heute noch viel trainieren und ich denke, wir werden viel Spaß mit unserem Gerät haben. Dankeschön.